Willkommen zu diesem Crashkurs zu der RAW-Entwicklung in Affinity Photo. In diesem Video will ich dir alle wichtigen Funktionen der Develop-Persona vorstellen, so dass du anschließend schon in der Lage bist, deine eigenen RAW-Dateien selbstständig zu bearbeiten. Viel Spaß mit dem Video. Dieses Video wird dir präsentiert von meinem Affinity Photo RAW-Entwicklung von A-Z-Kurs. Das ist ein mehrstündiger Kurs, in dem du wirklich alle Funktionen der Develop-Persona ausführlich beigebracht bekommst. Und das Ganze lernst anhand von vielen praktischen Beispielen zum Mitmachen. Link zum Kurs ist in der Beschreibung. Wie wir sehen können, habe ich Affinity Photo einmal ganz normal geöffnet. Und standardmäßig haben wir hier dieses Fenster in der Mitte. Das schließe ich einmal hier überschließen. Und so landen wir auf der leeren Arbeitsfläche hier in Affinity Photo. Unsere RAW-Dateien bearbeiten wir in der sogenannten Develop-Persona. Das wäre diese hier oben. Das ist ein eigener Arbeitsbereich extra, um RAW-Dateien zu bearbeiten. Man kann dort auch JPEG-Bilder bearbeiten. Aber für RAW-Dateien ist sie eben speziell vorgesehen. Und jetzt wäre die erste Frage, wie kommen wir in diesen Arbeitsbereich rein? Denn wenn wir da draufklicken, dann erscheint hier dieses Fenster, bei dem steht, wählen Sie bitte vor dem Wechsel eine Pixel-Ebene aus. Das heißt, wir brauchen also erstmal ein Bild. Und das bestätige ich mal mit OK. Und dann kommen wir gleich dazu. Der einfachste Weg, in diese Persona reinzukommen mit einer RAW-Datei, ist, dass wir einfach direkt eine RAW-Datei auf diese Arbeitsfläche hier draufziehen. Und dann werden wir automatisch in diese Persona reinkommen. Und das mache ich hier einmal vor. Ich habe hier einmal meinen Ordner vorbereitet mit einigen RAW-Dateien. Und ich nehme mir hier jetzt mal eine RAW-Datei und ziehe die, wie gesagt, einfach hier auf die Arbeitsfläche drauf. Und was wir jetzt sehen werden, ist, dass wir automatisch, hier oben sehen wir es, in die Develop-Persona reinkommen. Dadurch, dass es sich eben, wie gesagt, um eine RAW-Datei handelt, wechselt Affinity Photo automatisch in diese Persona rein. Und falls du keine eigenen RAW-Dateien hast oder auch einfach mit diesem Bild hier arbeiten möchtest, das ich hier habe, dann kannst du das gerne komplett kostenfrei auf meiner Patreon-Seite herunterladen. Die ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. So, und dann habe ich hier einmal dieses Bild hier vorbereitet. Und anhand von dem wollen wir uns einfach einige wichtige Funktionen hier anschauen, um so einen kleinen Überblick über diese ganze Persona zu bekommen, über diesen Arbeitsbereich. Natürlich ist die Develop-Persona ähnlich aufgebaut wie auch die Fotopersona und wie andere Arbeitsbereiche hier eine Affinity Photo. Das heißt, wir haben hier links eine Werkzeugleiste. Wir haben rechts unsere Studios mit den wichtigsten Funktionen, um unsere Bilder dann detailliert anzupassen. Das heißt, wir können hier die Belichtung einstellen, Kontraste, Farben und vieles mehr. Wir haben auch hier oben noch einige Bereiche, in denen wir einige Infos bekommen zu unserem Bild. Ja, hier sehen wir zum Beispiel, mit was für einer Kamera, mit was für einem Objektiv das Ganze aufgenommen wurde. Wir haben hier wirklich detailliert die ganzen Werte. Die finden wir im Übrigen auch hier oben. Da sehen wir also, mit was für einem ISO-Wert wurde das Bild gemacht, mit was für einer Blende, mit was für einer Brennweite, Verschlusszeit. Alles ist hier im Endeffekt mit abgespeichert und angegeben in Affinity Photo. Und so haben wir hier eben einige Infos zu unserem Bild. Natürlich gilt auch für diese Persona, für diesen Arbeitsbereich, dass wir dieses ganze Interface, diese ganze Benutzeroberfläche beliebig anpassen können. Das heißt also, man kann hier Fenster verschieben, man kann sie rausziehen, man kann sie irgendwo anders platzieren und man kann sie natürlich auch löschen, wenn man sie nicht braucht. Und wenn hier bei dir schon etwas durcheinander gekommen ist, wenn du vielleicht was gelöscht hast, was du gar nicht löschen wolltest oder ähnliches, dann lässt sich das alles jederzeit auf die Standardwerte zurücksetzen. Und das funktioniert eben genauso, wie auch in der Fotopersona, indem wir oben auf Ansicht gehen. Dann können wir hier auf die Studios und unter den Studios können wir diese wieder zurücksetzen. Einmal Studios zurücksetzen, dann sollte wieder alles auf Standard sein. Und das empfehle ich dir natürlich auch für diesen kleinen Crashkurs hier, dass du die Schritte alle nachvollziehen kannst. So, dann starten wir mal mit dem wichtigsten Bereich und das wäre eben hier diese fünf Panels. Das sind eben die Möglichkeiten, um unsere Bilder farblich, helligkeitsmäßig, kontrastmäßig anzupassen. Und da wäre dieses erste Panel, das sich einfach nennt. Unter diesem Panel sehen wir, finden wir einige Einstellregler, einige verschiedene Funktionen. Und das sind eben einfach so die Standardanpassungen. Ja, und da haben wir diesen ersten Regler für die Belichtung. Den kann man ein bisschen vergleichen mit der Belichtungskorrektur, die man an der Kamera einstellen kann. Ja, hier kann man eben die gesamte Belichtung für das Bild anpassen. Wir haben darunter noch Schwarzpunkt und Helligkeit. Damit kann man praktisch schwarze Pixel dem Bild hinzufügen oder eben entfernen. Und wir können die Helligkeit hier regeln. Alles relativ standardmäßige Einstellungen. Wir haben darunter dann wieder einen eigenen Absatz für Verstärken, indem wir dann Kontrast verstärken können. Die Klarheit, Sättigung und Leuchtkraft. Ich denke, Kontrast ist auch relativ klar, was da passiert. Kontrast ist ja der Unterschied zwischen den hellen und den dunklen Bereichen im Bild. Und diesen Unterschied können wir eben verstärken, wenn wir den Kontrastregler erhöhen, wenn wir den nach rechts ziehen. Mit der Klarheit kann man sagen, schärfen wir alles so ein bisschen nach. Allerdings hat dieser Regler nicht ganz so schönen Effekt, wenn man so unscharfe Bereiche im Bild hat. Dieses Bild ist ja ganz bewusst mit einem unscharfen Hintergrund aufgenommen. Und wenn wir hier mal die Klarheit erhöhen, dann sehen wir, hat das so einen ganz merkwürdigen Effekt auf diese Unschärfe. Das sieht zwar gut aus auf den scharfen Bereichen, wenn wir hier die Blumen mal anschauen. Ja, die werden so ein bisschen hervorgehoben, kann man sagen. Die fangen an so ein bisschen zu leuchten, aber es sieht eben beim Hintergrund sehr, sehr merkwürdig aus bei diesem Bild. Kann man anwenden, wenn das ganze Bild scharf gestellt ist, aber in diesem Fall würde ich es nicht machen. Wenn wir übrigens hier so Regler verstellt haben und das dann ein bisschen schwierig ist, die alle wieder auf 0 zu bringen, dann kann man hier auch jederzeit auf diesen Button hier drauf drücken. Dadurch werden praktisch alle Regler wieder auf Standard gesetzt und alles ist wieder bei 0%. So, dann haben wir darunter die Sättigung. Ganz klar, die Sättigung der Farben lassen sich einstellen. So können wir eben das ganze Bild richtig übersättigen, sehen wir hier, wenn wir den Regler nach rechts ziehen. Und wir haben darunter noch die Leuchtkraft, die auf jeden Fall sehr interessant ist. Das ist so eine schwächere Version der Sättigung, kann man sagen. Der Unterschied ist hier relativ deutlich, wenn wir mal die Sättigung rausnehmen. Wenn ich den Regler nach links ziehe, dann sehen wir, wird das ganze Bild schwarz-weiß. Ja, wir nehmen die Sättigung der Farben praktisch komplett aus dem Bild raus. Wenn wir das Ganze aber mal mit der Leuchtkraft machen, dann sehen wir, wird das Bild einfach nur so ein bisschen blasser. Und genauso können wir mit der Leuchtkraft einfach die Farben auch so ein bisschen zu leuchten bringen, wenn wir den Regler nach rechts ziehen. Das ist einfach so eine etwas schwächere Version, die eben nicht das Bild direkt so sehr übersättigt, kann man sagen. Die restlichen Einstellungen, die wir hier noch finden, sind Weißabgleich, Schatten und Lichter. Und wenn wir diese Funktion nutzen wollen, dann müssen wir da auch selbstständig erstmal einen Haken setzen, um diese Regler zu aktivieren. Und erst dann können wir diese Regler verschieben. Hier eben, wie gesagt, Schatten und Lichter. Schatten und Lichter, da lässt sich eben so ein bisschen manuell der Kontrast einstellen, indem wir eben die Schatten dunkler machen können, die Lichter heller machen können. Und so eben den Unterschied zwischen Licht und Schatten selbstständig regeln können, sozusagen. Und ich ziehe die Schatten mal ganz nach links. Die Lichter, da verändern sich nicht allzu viel. Die befinden sich in diesem Bild hier nur in den Blumen, wie man sieht. Wenn wir den Regler hier mal verschieben, da verändern sich nur die Blumen. So kann man die natürlich auch so ein bisschen mehr zum Leuchten bringen, ein bisschen mehr hervorheben und den Hintergrund dafür ein bisschen dunkler machen, indem man die Schatten rausnimmt. So einfach aber wäre diese Funktion hier. Gehen wir dann mal direkt weiter. Da haben wir das Panel Objektiv. Unter Objektiv finden wir die Möglichkeit, Verzerrungen zu entfernen, die durch das Objektiv entstehen. Jedes Kameraobjektiv bringt so eine gewisse Verzerrung mit sich, die dann eben in der RAW-Datei mit drin ist. Und diese Verzerrung, die lässt sich hier entfernen. Wenn das Objektiv von der Foto erkannt wird, was hier der Fall ist, das sehen wir hier im Objektivprofil, dann wird diese Verzerrung praktisch automatisch entfernt. Dadurch, dass hier der Haken gesetzt ist bei Objektivkorrektur. Und wir sehen das auch, wenn wir diesen Haken mal rausnehmen, dann sieht das Bild ein bisschen anders aus. Wir sehen hier den Unterschied, Haken drin und Haken draußen. Das ist einfach so eine kleine Verzerrung, die durch das Objektiv entsteht. Und die kann hier eben korrigiert werden. Und da finden wir dann noch einige Einstellregler, um diese Verzerrung noch manuell einfach zu regeln, um hier noch selber nachzukorrigieren. Da sieht man, was man hier machen kann. Das sind sehr detaillierte Einstellungen, die man gerade zu Beginn wahrscheinlich eher selten brauchen wird. Ich setze das hier wieder zurück. Das jedenfalls hier die Möglichkeiten. Was hier noch ganz interessant ist, ist vielleicht, dass wir hier eine Vignette hinzufügen oder entfernen können. Standardmäßig bringt ein Objektiv auch so ein bisschen so ein Vignetteneffekt mit sich, der auch automatisch entfernt wird. Wenn ich hier den Haken rausmache, dann sehen wir das auch, dass das Bild dann deutlich dunkler ist. Genauso können wir dann auch selbstständig eine hinzufügen. Wenn wir hier Vignette nach Zuschnitt aktivieren, dann können wir hier die Intensität nach links ziehen, um praktisch das Bild nach außen abzudunkeln. Und über die Skalierung können wir einstellen, wie groß der Bereich in der Mitte sein soll, der praktisch hell bleibt und wie viel außen dunkel gemacht wird. Ich denke, man sieht das hier ganz gut. Und so kann man eben so einen kleinen Abdunklungseffekt für den Rand erzeugen, was gerade dann gut aussieht, wenn man sein Motiv so in der Mitte vom Bild hat, weil dann bleibt das Motiv praktisch in der Mitte hell und außenrum wird alles dunkel. Aber ich denke, auch für dieses Bild hat das einen ganz schönen Effekt, dass wir das Bild nach außen so ein bisschen dunkel machen. Gehen wir weiter zu den Details. Unter Details können wir Kontrastgrenzen verfeinern in unserem Bild. Und das heißt, dass wir hier das Bild ganz manuell so ein bisschen nachschärfen können, könnte man sagen. Und ich aktiviere mal hier Details verbessern. Und Details verbessern funktioniert dann auch deutlich besser als die Klarheit, die wir uns vorhin angesehen haben. Denn wir können uns das jetzt mal anschauen. Wir können hier einmal den Radius ein bisschen hochsetzen. Da verändert sich erstmal noch nichts. Und dann, wenn wir die Intensität erhöhen, dann werden wir sehen, wie alles ein bisschen schärfer wird. Und wir achten mal gerade hier auf die Blumen. Wenn wir hier die Intensität erhöhen, ich zoome dazu auch mal ein bisschen ran, dann sehen wir das hier ganz deutlich, wie die Blumen einfach so nachgeschärft werden. Regler nach links wirkt alles so ein bisschen unscharf. Und Regler nach rechts. Dadurch wird das einfach schön nachgeschärft. Und wir sehen auch, das hat keinen komischen Effekt auf dem Hintergrund, sondern eben wirklich nur auf den Kontrastgrenzen, auf die bereits scharf gestellten Bereiche hier im Bild. Ja, und über den Radius können wir dann noch praktisch erhöhen, wie groß der Bereich sein soll dieser Kontrastgrenzen. Und über die Intensität können wir dann die Stärke regeln. Und da kann man eben einfach mit diesen Reglern spielen und so ein bisschen das Ganze, wie gesagt, noch nachschärfen. Ansonsten hat man in diesem Panel noch die Möglichkeit, ein Bildrauschen zu reduzieren oder ein künstliches Bildrauschen hinzuzufügen. Nichts, was wir für dieses Bild brauchen würden. Aber das sind die Funktionen, die man eben hier noch finden würde. Kommen wir dann noch zu den Tonwerten. Unter den Tonwerten können wir ganz grob gesagt die Farben anpassen. Und das schauen wir uns auch mal an. Wir haben hier die Gradationskurven, die man wahrscheinlich auch schon aus der Fotopersona kennt. Ja, das ist im Endeffekt das gleiche Werkzeug. Wir haben hier dann dieses Quadrat, in dem wir sozusagen hier die dunklen Bereiche zum Beispiel runterziehen können, die hellen Bereiche heller machen können und so dann auch selbstständig mit dem Kontrast spielen können. Wir können auch hier die einzelnen Farben anwählen und diese bearbeiten. Aber die Gradationskurven, die brauche ich mal für dieses Bild nicht. Die würden wir hier finden. Unter Schwarz-Weiß können wir das Bild eben Schwarz-Weiß machen. Sieht man hier auch direkt. Und dann können wir über die einzelnen Farbregler die Helligkeit der einzelnen Farbtöne regeln. Ja, wenn ich jetzt mal hier Gelb runternehme, dann sehen wir, können wir dann dieses Schwarz-Weiß-Bild noch mal ganz speziell anpassen. Praktisch hier mit Gelb den Hintergrund dunkler machen und so eben ein ganz individuell gestaltetes Schwarz-Weiß-Bild erhalten. Auch hier mache ich den Haken wieder raus. Dann kommen wir noch zu Split Toning. Und unter Split Toning, das ist auch eine ganz interessante Sache. Hier können wir nämlich die Farben für die Lichter und die Farben für die Schatten einstellen. Und da starte ich mal hier mit den Schattentönen. Wir können praktisch über diesen Regler den Farbton für die Schatten regeln und dann über die Sättigung einstellen, wie stark dieser Farbton sein soll. Und das sehen wir jetzt hier, wenn wir auf die Schattentöne im Bild achten, ich nehme die Sättigung hoch, dann sehen wir, wie die Schattentöne eben rot werden. Und wenn wir diesen Regler dann verschieben, dann können wir natürlich den Farbton für diese Schattentöne einstellen. Ich ziehe das mal so ein bisschen ins Blaue. Und ja, macht die Sättigung vielleicht ein bisschen schwächer, aber das hat dann auch schon einen ganz interessanten Effekt auf das Bild. So kann man das hier eben regeln. Genauso können wir dann natürlich auch den Lichterfarbton regeln. Wenn ich dann hier die Sättigung hochnehme, dann werden wir sehen, wie sich das hier hauptsächlich eben auf unsere Blumen hier auswirkt, da dort die Lichter zu sehen sind. Ja, und dann sehen wir, wie die jetzt eben rot gefärbt werden. Und wir können natürlich dann auch hier den Farbton verschieben und so den Farbton für diesen Bereich einstellen. Ich würde die Blumen hier nicht verfälschen, deswegen nehme ich hier die Sättigung raus. Für die Schattenbereiche sieht das aber doch ganz cool aus, wie ich finde. Genau, und das wären im Endeffekt die wichtigsten Anpassungsmöglichkeiten zu der RAW-Entwicklung hier, um unsere Bilder ganz individuell zu gestalten. Die ganz grundlegenden Funktionen finden wir, wie gesagt, unter diesem Einfachpanel hier. Das haben wir ja gesehen, mit so den wichtigsten Einstellungen, die man gerade am Anfang benötigt. Und ein ganz interessanter Tipp ist dann vielleicht noch, dass wir hier jederzeit die geteilte Ansicht aktivieren können und dann praktisch das Vorher- und Nachher-Bild sehen können. Wenn ich hier mal draufdrücke, dann sehen wir hier rechts, wie unser Bild am Anfang ausgesehen hat. Und links sehen wir das Bild, wie es jetzt bearbeitet aussieht. Und da sehen wir, haben wir das Bild schon ordentlich verändert. Ja, mit ein paar wenigen Reglern im Endeffekt haben wir hier einen ganz anderen Look für dieses Bild erzeugt. Auch die Farben alles ein bisschen intensiver, ein bisschen kräftiger gestaltet. Vorher hat alles ziemlich blass gewirkt. Zum Abschluss kann man jetzt natürlich, wenn man ein Bild fertig angepasst hat, in dieser Develop-Persona, kann man hier oben links auf Entwickeln drücken. Und wenn wir das tun, dann wird das Bild praktisch umgewandelt. Wir landen hier in der normalen Fotopersona drin. Und von hier aus können wir das Bild dann exportieren, indem wir oben links auf Datei gehen, dann auf Exportieren. Und dann kann man sich hier eben ein Dateiformat auswählen und das Ganze in seinen Dateien eben zum Beispiel als JPEG abspeichern. Damit sind wir aber das Wichtigste durchgegangen. Ich hoffe, dass es verständlich war. Wenn du diese Develop-Persona von Infinity Photo jetzt gerne noch mehr und detaillierter kennenlernen möchtest, dann schau gerne in die Videobeschreibung, denn dort ist mein kompletter Kurs zur RAW-Entwicklung in Infinity Photo verlinkt, indem du wirklich ganz detailliert alle Möglichkeiten hier beigebracht bekommst. Damit war es das aber mit diesem Tutorial und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder in einem meiner nächsten Videos.